Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Zweiter DAX-Konzern bekommt eine Chefin. Gleich zwei Frauen sollen künftig die Medizinfirma Fresenius Medical Care führen. Die neue Vorstandsvorsitzende Kriwit wird als erfahrene, mutige Managerin gelobt, legte zuletzt aber einen überraschenden Abgang hin. Die Merkmanagerin Belin Garillo war eine Ausnahmeerscheinung. Nun bekommt die bislang einzige Vorstandschefin im DAX weibliche Unterstützung. Mit Carla Kriwit übernimmt eine weitere Frau die Führung eines der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care. Die 51-jährige Kriwit-Folge zum 1. Januar 2023 auf Rice Powell, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg mitteilte. Zudem wurde der Vertrag der Finanzchefin Helen Gietzer um weitere fünf Jahre verlängert. Sie wird zusätzlich die Rolle der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Damit bekommt das Unternehmen Gar eine weibliche Doppelspitze. Rekordumsatz bei BSH erreicht Kriwit war zuletzt Vorsitzende der Geschäftsführung der BSH-Hausgeräte GmbH, davor hatte sie Führungspositionen unter anderem bei Drägerwerk und Linde inne. Sie hatte erst kürzlich überraschend aus persönlichen Gründen ihren Abschied von der Münchner Bosch-Tochter BSH per Ende April angekündigt, nachdem sie für das vergangene Jahr über einen Rekordumsatz von 15,6 Milliarden Euro berichtet hatte. Sie war erst vor zwei Jahren vom Medizintechnikkonzern Philips zu BSH gekommen.